Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Schwere Brände im Südosten Brasiliens Aktuell kämpft der Südosten Brasiliens mit verheerenden Waldbränden, die nicht nur die lokale Flora und Fauna bedrohen, sondern auch die Gesundheit der Bevölkerung stark beeinträchtigen. Die betroffenen Regionen, darunter der Bundesstaat Sao Paulo und Teile von Minas Gerais, erleben eine katastrophale Situation, die sich täglich verschärft. Feuerwehrkräfte und freiwillige Helfer sind im Dauereinsatz, um die Flammen zu bekämpfen und die Ausbreitung der Brände zu verhindern. Die Brände sind in den letzten Wochen intensiver geworden, was eine direkte Folge von extremen Trockenheitsbedingungen und höheren Temperaturen ist. Experten erklärten, dass der Klimawandel eine entscheidende Rolle spielt, indem er die Häufigkeit und Intensität solcher Naturphänomene erhöht. Besonders besorgniserregend ist, dass die zuständigen Behörden unter akutem Druck stehen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Trotz ihrer Bemühungen sind die Feuerstellen schwer zu kontrollieren, was dazu führt, dass einige betroffene Gebiete abgeriegelt werden müssen. Die Luftqualität hat sich aufgrund der anhaltenden Rauchentwicklung dramatisch verschlechtert. Gesundheitsbehörden warnen vor den Gefahren von Atemwegserkrankungen und raten der Bevölkerung, in geschlossenen Räumen zu bleiben und Atemschutzmasken zu tragen, wenn sie sich im Freien aufhalten müssen. Berichten zufolge hätten lokale Gesundheitseinrichtungen einen Anstieg von Patienten verzeichnet, die an Atembeschwerden leiden. Außerdem berichteten Umweltschützer, dass die Brände erhebliche Schäden an den Lebensräumen zahlreicher Tierarten verursachen, die in diesen Wäldern leben. Einige Bewohner der betroffenen Gebiete haben selbst Initiativen ergriffen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Über soziale Medien wurden Spendenaktionen gestartet, um sowohl Feuerwehrleute als auch Menschen zu helfen, die ihre Häuser verloren haben. In mehreren Städten fand man lokale Gemeinschaften, die Lebensmittel und Notfallhilfen gesammelt haben, um denjenigen, die am stärksten betroffen sind, zu helfen. Die Übersetzung des Textes ins Deutsche, Deutschland, lautet Diese Solidarität zeigt die Stärke der Gemeinschaft in Zeiten von Krisen. Regierungsvertreter haben angekündigt, dass zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die Löschaktionen zu intensivieren. Es sei jedoch darauf hingewiesen worden, dass die Zunahme der Brände auch größere strukturelle Probleme in der Umweltpolitik des Landes widerspiegeln könnte. Umweltaktivisten forderten umfassendere Reformen, um den Schutz der Wälder zu gewährleisten und die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Die Situation bleibt angespannt und die Feuerwehr bemüht sich, größere Brandausbrüche zu vermeiden. Die Prognosen innerhalb der nächsten Wochen deuten darauf hin, dass die Wetterbedingungen weiterhin ungünstig bleiben. Das Ausmaß der Zerstörung wird erst nach dem Abklingen der Brände wirklich sichtbar werden. Die Erwartungen an eine baldige Entspannung sind daher gering, während lokale und nationale Behörden vor der Herausforderung stehen, sowohl kurz- als auch langfristige Lösungen zu finden. Autor Anita Farke, Montag, 26. August 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.